Wovor hat Jack Angst? Was wisst ihr über Davy Jones? Ihr schuldet mir eure Sehne. Und jetzt hole ich sie mir. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann. Es gibt eine Truhe. Die Truhe des Todes. Um sie zu finden, musst du ans Ende der Welt segeln. Und darüber hinaus. Wir kennen das Ziel. Captain Sparrow! Elisabeth! Diese Kleidung schmeichelt Ihnen nicht wirklich. Es sollte ein Kleid sein oder nichts. Leider habe ich kein Kleid in meiner Kabine. Wir sind auf der Suche nach der Truhe von Davy Jones. Was ist in der Truhe? Jack Sparrow! Oh, verdammt. Befreit die Klöcke! Es wird der Moment kommen, in dem ihr die Chance habt, das Richtige zu tun. Ich liebe diese Momente. Ich winke Ihnen gern zu, wenn Sie vorbeiziehen. Ich wünsche euch mit auf. Ich meine Tai-Jun-Zag-Team!